Hey, Gude Blade, alles gut? Darf ich euch vorstellen? Der Rest von der Cap-Barsche. Der nackige Glatzer Harald, unsere Frau, die Moni. Gude. Der coole Kreidler, Carsten. Gina Schorsch, der Gladiator für Arme. Und natürlich unseren Cap-Vater, Bierbong Boris. So, so. Der blöd, hm? Robbe mal zwei auf, sei so gut. Hm, hast du Dörst? Äh, was? Hast du Dörst? Ich mein, ich könnte schon mal eins trinken. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Der blöd ist quasi mit Brond auf die Welt gekommen. Wenn ich nur an ein frisch gezapptes Denk. Huh. Huh. Geil. Dazu ein Kotze und also mal rarische Zigar. Oh, ey. Mach euch nicht verrückt, noch nie ein Zigar gesehen. Ajo. Alla gut. Schwing. Dörst du. Ach. 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 Bis zum nächsten Mal.